Herr Berg, irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Macht nix, ich hab die Quittung noch. Ups, da ist wohl jemand nicht ganz frisch im Kopf. Herr Berg, irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Sie haben Hasi gerettet! Weil nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf ausreichend Wasser braucht. Immer frisch im Kopf. Wir. Wir.